Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Wir machen heute das einfachste Dutch Oven Rezept der Welt und das aus gerade mal zwei Zutaten. Okay, plus Soße und Gewürz, also vier Zutaten, aber es ist noch einfacher als normales Schichtfleisch, schmeckt aber mindestens genauso gut. Los geht's! Starten wir bei dem Rezept mit den Zutaten. Ihr braucht einen Schweinenacken, so um die zweieinhalb Kilo. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr nur zwei Kilo wiegt oder drei Kilo wiegt. Entsprechend groß müsst ihr euren Dutch Oven wählen, dazu später mehr. Dann brauchen wir Zwiebeln. Ich habe jetzt hier wirklich so Monster Zwiebeln. Davon brauchen wir zwei Stück für einen Schweinenacken. Habt ihr normale Gemüse Zwiebeln, nehmt ihr vier davon. Dann braucht ihr noch ein Gewürz eurer Wahl. Ich nehme dafür jetzt einen Magic Dust und zwar den Magic Dust, den wir hier als Ernährungswissenschaftler zusammen mit euch, der Grill Community, entwickelt haben. Und wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr endlich die Gewürze vorbestellen. Die Entwicklungszeit hat fast zwei Jahre gedauert. Die heiße Phase der Entwicklung hat jetzt ungefähr ein halbes Jahr gedauert und die Gewürze sind fertig. Noch nicht fertig produziert, die sind gerade in der Abfüllung. Aber wenn ihr dieses Video seht, schaut unten in die Videobeschreibung. Als Vorbesteller bekommt ihr als Dankeschön nochmal für das Vertrauen, was ihr mir vorstreckt, einen netten Rabatt. Und dann sind die Gewürze noch vor Weihnachten bei euch. Als letzte Zutat brauchen wir dann noch eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier The Kölsch Barbecue-Soße, weil ich hier im Kölner Raum bin. Ihr könnt natürlich jede Barbecue-Soße nehmen, die ihr wollt. Ich verlinke euch die meiner Meinung nach besten mal unten in der Beschreibung. Und damit haben wir auch schon alle Zutaten abgefrühstückt. Wir kümmern uns um den Schweinenacken. Bei Schweinenacken an sich empfehle ich immer, einmal den gesamten Nacken mit den Händen abzutasten, abzufühlen und zu gucken, ob hier noch Knorpel drauf sind, ob hier irgendwas ist, was nachher stören kann und das dann alles runterzuschneiden. Außerdem, bei diesem speziellen Rezept würde ich euch empfehlen, alles, was außerhalb an Fett ist, auch wirklich abzuschneiden. Das ist nachher dem Geschmack nicht zuträglich, weil ein Schweinenacken, der ist marmoriert genug. Der hat genug intramuskuläres Fett. Wir brauchen dieses Fett, was außerhalb ist, nicht. Ansonsten haben wir nachher nur diese Fettklumpen im Mund und das ist bei dem Rezept besonders nachteilhaft. Das seht ihr gleich. Deswegen alles, was außerhalb ist an Fett, einfach abschneiden und damit könnt ihr dann nachher machen, was ihr wollt. Entweder weiter verwenden oder dem Hund geben oder eventuell auch entsorgen. Ich weiß, jetzt schreiben wieder ganz viele, man kann da irgendwas draus machen. Dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was macht ihr daraus. Gebt den anderen Tipps, damit die das Fett nicht entsorgen müssen, sondern noch verwerten können. Wenn der Schweinenacken dann fertig präpariert ist, kein Fett mehr dran ist, keine Knorpel, keine Knochenreste mehr dran sind, dann schnappen wir uns ein etwas größeres Messer und werden jetzt den Schweinenacken in circa ein Zentimeter dicke Streifen schneiden. Ob das jetzt 1,5 sind oder vielleicht auch mal zwei Zentimeter sind, das spielt nachher wirklich überhaupt keine Rolle, aber ungefähr zwischen einem und zwei Zentimeter solltet ihr euch orientieren. Wenn der Schweinenacken klein geschnitten ist, dann kümmern wir uns um die Zwiebeln und die werden wir jetzt schälen, halbieren und dann in dünne Halbringe schneiden. Jetzt haben wir alles an Vorbereitungen erledigt und das kann alles direkt in den Dutch Oven wandern. Wir müssen es allerdings im Dutch Oven noch ein bisschen bearbeiten. Fleisch und Zwiebeln sind jetzt hier drin. Ihr seht, es sind noch nicht alle Zwiebeln mit in dem Dutch Oven drin, ist aber nicht schlimm, die passen gleich noch rein. Wir werden das Ganze nämlich jetzt richtig gut durchkneten und dann werden die Zwiebeln so ein bisschen einfallen, die werden ein bisschen was vom Saft verlieren, dann passen die restlichen Zwiebeln hier auch noch rein. Zum Thema Dutch Oven an sich empfehle ich euch, bei über zwei Kilo einen Sechser Dutch Oven und bei Richtung drei Kilo einen neuner Dutch Oven zu verwenden. Dann habt ihr nicht so eine Platzangst wie ich jetzt mit dem viereinhalber. Hier bis zu zwei Kilo Schweinenacken passt auch noch in viereinhalber, aber das ist wirklich grenzwertig. Falls ihr noch nicht den richtigen Dutch Oven habt oder euch noch eine Größe fehlt, verlinke ich euch ein unschlagbares Angebot unten mal in der Videobeschreibung. Dutch Oven zum Toppreis mit Rabattcode und gratis Dutch Oven on top noch mit dazu. Jetzt kann ich mich aber nicht mehr davor drücken, ich muss anfangen hier richtig gut durch zu kneten. Der Saft von den Zwiebeln ist bei so einem Rezept wirklich entscheidend, deswegen empfehle ich euch die Zwiebeln jetzt schon mal angedrückt zu haben und jetzt erst euer Gewürz dazu zu geben und dieses Gewürz auch noch mal mit den Zwiebeln zusammen hier richtig schön ins Fleisch einzumassieren, also noch mal eine Runde zu kneten. Von der Gewürzmischung könnt ihr natürlich so viel nehmen wie ihr wollt. Von dieser Gewürzmischung hier nehme ich jetzt immer ganz gerne zwei Esslöffel, ungefähr daran könnt ihr euch orientieren. Jetzt fehlt nur noch ein Step und zwar unsere Babiche Soße. Die könnt ihr jetzt einfach oben drüber geben in beliebiger Menge. Die könntet ihr auch noch mal einkneten, braucht ihr aber gar nicht. Einfach drüber geben reicht. Die wird sich während des Garprozesses mit dem gesamten Fleisch hier noch gut verteilen und überall Geschmack abgeben. Jetzt nur noch Deckel drauf, nicht vergessen den auch ein bisschen einzufetten, zum Beispiel mit einem Fettrennspray und jetzt kann das Ganze auf die Hitze. Entweder mit Holzkohle, dann legt ihr zehn Kohlen unten drunter und fünf Kohlen oben drauf. Die müsst ihr eventuell dann noch mal nachlegen, wenn das jetzt keine Briketts sind, die zwei, drei Stunden durchhalten. Oder ihr macht es ganz bequem auf dem Gasgrill. Dazu stellen wir jetzt den Dutch Oven einmal in die Mitte auf unseren Gasgrill, machen die äußeren Brenner an, so dass wir eine Deckeltemperatur von Minimum 150 Grad haben. Ich nehme immer ganz gerne 180, dann ist man auf der sicheren Seite. Keine Sorge, das ist nicht zu heiß. Ihr solltet euch zwischen 150 und 190 Grad bewegen. Irgendwo dazwischen, das reicht. Denn in dem Dutch Oven selber wird jetzt alles was an Flüssigkeit drin ist und ja da ist Flüssigkeit drin, auch wenn wir kein Wasser reingegeben haben, das wird anfangen zu dampfen. Dieser Dampf wird am Deckel wieder kondensieren und wir haben hier in dem Dutch Oven die ganze Zeit zwischen 100 und 120 Grad und das ist perfekt, um dieses Fleisch jetzt richtig schön mürbe zu machen. Ihr werdet gleich sehen, das ist richtig zartes, aromatisches, mürbes Fleisch, so wie Schichtfleisch eben ist, nur dass wir es nicht geschichtet haben. Das ist nämlich überhaupt nicht notwendig. Das ist maximal etwas fürs Auge. Glaubt mir aber, wenn das auf dem Teller ist, sieht es genauso aus, wie wenn ihr euch Schichtfleisch auf den Teller macht und geschmacklich ist es überhaupt kein Unterschied und dieses Rezept ist wirklich lecker. Um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen, mache ich es beim Gasgrill ganz gerne so, dass ich die Brenner oder den einen Brenner unter dem Dutch Oven einmal auf kleinste Stufe am Anfang mit dazu schalte, für die erste Viertelstunde. Nach einer Viertelstunde aber nicht vergessen, den auszuschalten. Die indirekte Temperatur durch die Brenner außen und die Deckeltemperatur von 150 bis 190 Grad reicht vollkommen aus. Unter dem Dutch Oven sollten dann keine Brenner mehr an sein. Und von der Dauer braucht ihr jetzt so zwei bis drei Stunden. Wenn ihr den Trick mit dem Brenner unter dem Dutch Oven nicht macht, geht eher Richtung drei Stunden. Wenn eure Gäste eine halbe Stunde später kommen, dann nehmt ihr auch die drei Stunden einfach voll mit, wenn ihr nach zweieinhalb Stunden die Gäste eigentlich schon erwartet hättet. Wenn ihr noch ein bisschen Biss haben wollt, dann nehmt ihr nur die zwei Stunden. Wenn ihr gar keinen Biss haben wollt, dann nehmt ihr die drei Stunden. Wenn ihr irgendwie einen Kompromiss dazwischen haben wollt, dann nehmt ihr die zweieinhalb Stunden. Aber selbst da ist das Fleisch schon richtig schön zart und mürbe. Also zwischen zwei und drei Stunden da einfach für euch ausprobieren, was euch am besten schmeckt. Mit keiner Zeitangabe irgendwo dazwischen macht man etwas falsch. Es ist der Wahnsinn, wie so ein einfaches Gericht so gut schmecken und riechen kann. Wirklich, das ist ein Geschmackserlebnis, sondergleichen. Ihr habt gesehen, wie zart das Fleisch ist, wie mürbe das Fleisch ist. Das waren jetzt hier bei mir genau zweieinhalb Stunden, also die goldene Mitte der Zeitangabe, die ich euch gegeben habe. Daran könnt ihr euch orientieren. Noch mürber brauche ich ehrlich gesagt nicht. Oder ein bisschen weniger mürbe, wobei auch bei zwei Stunden das schon ein richtig gutes Ergebnis wird. Ich habe das jetzt hier mit ein bisschen Reis serviert und verzichtet auf gar keinen Fall hier auf die Soße, auf den Sud. Hier ist auch noch wichtig zu erwähnen, viele verdünnen das Ganze immer mit Wasser, weil sie Angst haben, dass die Flüssigkeit zu wenig ist oder geben von Anfang an Wasser mit dazu. Das braucht ihr nicht. Ihr habt Zwiebeln, ihr habt Barbecue-Soße und Fleisch. Das ist genügend Flüssigkeit in diesem Dutch Oven, wenn der Deckel dicht sitzt. Einen guten Dutch Oven findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann braucht ihr euch über nichts mehr Gedanken machen. Ihr braucht während der Zubereitungszeit nicht nachgucken. Ihr braucht kein Kernthermometer. Einfach zweieinhalb Stunden plus minus eine halbe Stunde und ihr habt ein solches Ergebnis. Es ist wirklich genial. Und jetzt müssen wir essen, weil wir haben 18 Uhr und ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Ich habe also einen Beerenhunger und könnt diesen ganzen Dutch Oven alleine verdrücken. Und jetzt habe ich noch eine Challenge für euch. Dieses Rezept kann man verfeinern. Schichtfleisch an sich kann man verfeinern. Schichtfleisch und hier das Rezept ist nur unterschiedlich. Beim Schichtfleisch muss ich das Fleisch schichten und packt noch Zwiebeln dazwischen, vielleicht Paprika dazwischen. Und hier ist genau eure Aufgabe. Postet in unsere Facebook-Gruppe die Grill-Community eure Varianten von diesem Rezept oder von Schichtfleisch. Sei das mit Schafskäse, sei das mit Mais, sei das mit Paprika, sei das mit Kräutern, mit irgendwas Ausgefallenem. Postet eure Rezeptideen in die Gruppe. Ich bin gespannt auf eure Bilder. In diesem Sinne, ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr wissen wollt, was sich während des Videos hier hinter mir getan hat und verändert hat, dann Abo dalassen für den Kanal. Dann werdet ihr das bald erfahren. In diesem Sinne bis zum nächsten Video. Ciao.